hallöchen ihr bahnhausen da draußen und damit ein herzliches willkommen zu einer runde fifa 16 ja ich habe mal wieder lust drauf ich habe gerade gesehen ich habe ein set gekriegt ein leihspieler set und habe den müller gekriegt und hab den mal reingesetzt für sieben spiele wohl so wie es aussieht habe ich den ist doch schön und ja ich habe mal wieder auf fifa wie ich im letzten informationsvideo gesagt habe denkt daran dass ich viel von nur dann spiele und aufnehmen wenn ich lust dazu habe und zeit habe vor allen dingen zeit ist momentan ein bisschen rar gesehen bei mir wegen ja die die sich mitgekommen bekommen haben wie gesagt ich habe jetzt so vor zwei wochen haben den sohn bekommen meine frau und ich und deswegen ist die zeit momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen aber ich versuche immer mein bestes wie immer und wie gesagt ich spiele fifa halt wenn ich zeit und vor allen dingen lust dazu habe und letztes mal muss ich sagen habe ich so oft prügel gekriegt da habe ich dann irgendwie zwischenzeitlich auch die lust daran verloren weil da waren teilweise gegner die haben mich da so auseinander genommen wird ist der hammer gewesen mensch kurz mein wenn ihm auf lauter stil so oder machen wir spielen ist so gilt mal wieder ein bisschen am anfang wie immer ja da war doof scheiße ich muss noch weiter weiter das war blöd ein drucker falsch pressig so ab wir haben das war blöd das war blöd obwohl ich schicki rito ist schnell schade müller mal gucken wie der ist ich weiß gar nicht wie der ist ich hab denn noch nie gehabt aber nicht gegen 82 ja nicht geschnappt dann habe ich nur ausgelegt wollen wir auch neu ist glaube ich mit den leihspielern wohin da hat sie ja manchmal über die pest bei fifa dieses was du wenn es gerade mit einem spieler auf den zu ja da war leider zu sehen dass ich da ein spiel jetzt muss ich muss mal lange ich muss ein bisschen wasser spieler ist er war ja geh doch dahin stück dort drei leute und die kriegen alle der kriegt im ball dadurch soll ich war aber ich müsste mal ein bisschen unter druck setzen jeder gar nicht da wollte ich gar nicht hin eigentlich warum mit der hacke spiel doch ordentlich aus oder war gut bocci rito was ist los hallo hallo hey miktred boah geh dem jahr nicht mal einen meter entgegen dem ball ne ist ja wieder der shit na vergiss es der schuss geht genau auf den tor ab der hat den reuss hab ich gar nicht gesehen hau auf danke na wenns kammer durch mach klickt mich doch am arsch schießt du den hin mein gott hast du einen kumpel auf dem parkplatz gesehen oder was ist los hat er den auf dem parkplatz gepölt so nicht wahr steht er ganz allein im 16er ja ja hau auf dem scheiß ja der war auch geil der passt wieder wieder vor dem herrn der passt des jahrhunderts nenne ich den immer so was der shit ja komm spiel komm 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 na sowas haben puh komm komm gericht so müller müller sage ich was hat denn jetzt wieder für ein geiler ich habe die extra hoch gespielt damit er den drüber gott der nicht in reuss was jetzt wo wird ist denn da los habe ich den punkte kriegt der bricht wurde gar nicht gewertet natürlich toll dass dadurch jetzt der der müller ein spiel weniger hat natürlich jetzt wieder richtig geil man hat der dom hat der chicharito nicht das tor gemacht aber da steht er alleine im 16 und er kühlt den auf den parkplatz über die über die dinge drüber über das dach ich weiß auch nicht was manchmal mit schiefer los ist manchmal hat man das echter ruckelt dann wieso selbst wenn ich ohne aufnahme spiel dann ruckelt hat manchmal wie sau und keine ahnung also am pc kann es nicht liegen also wenn ich ganz normal spielen mit computer oder so kein ding kann kein stress so wir spielen die lila lila ist geil so gucken wir sind natürlich auch nicht oder jetzt immerhin wissen dass der ju kann sein von arsenal könnte der ju sein franzose ich habe immer noch kein manager für mich hat so ein müssen wir mal kaufen vielleicht keine ahnung in den tuchel oder war doch immer gardiole oder sonst wen ja ja du vergessen mit dem durchfummeln ja hallo weg da habe ich ein gerätschacht gerätschmann hier der müller die geist aber ich wollte jetzt einfach mal ich wollte jetzt meinen reißen jetzt aber da geht noch eine gelbe richtig so vierte blut schon gelbe und schlecht er war gut abschlafen muss ich sagen der war richtig der war scheiße wieder von mir aber der war besser boah schicari to denkt doch mal eine runde mit die kri hätte dort doch wissen müssen dass ich da lang gehe schade ach müller kommt ich habe jetzt auch nicht gedacht das hätte ich noch kriegt und nicht im abseits steht damit sogar glück gehabt danke schüler da war der müller wieder am lauern ich weiß jetzt schon wieder das richtig so wo was ist los alleine kommt da zum kopfball und macht er sehr mit daneben ja das ist klar wird gleich wieder bestraft das wird gleich wieder mal schicari to ich wusste ich wusste ich wusste ich wusste das ist fein gemacht nach müller tankt sich dadurch da so nicht durchtanken kommen danke da wollte ich gar nicht hin aber gut schade müller schade das war der super warum schien sie eigentlich mit dem ehrlich das kann er sowieso nicht vergeset aber mal tritt mich doch weg da ist hinterher danke und damit sind sie am ball mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor sauber sauber hermann mein gott eigentlich hat der mal getroffen war ein schöner spiel zu haben direkt annahmen direkt angenommen schon noch in einem absatz geht doch mein gut so gut ist der nicht begegnen weil er drüben nicht viel oder versucht leck mich doch sogar sagen sie verarschen scheiß gedribbelt der war doof der war doof der war doof der schuss der verdattet den geist vergeset der war doof eigentlich selber gut wäre naja der kommt wirklich gut müller macht die hütte sauber sauber sagen wäre naja mit der flanke und dann rums ins lange eck sehr schön sehr sehr schön ein klassischer treffer jetzt kommt der blöden der drüben sehr gut heute nimmt die warum gibt er nämlich mit dem kopf macht er den aber blöd von mir ich hätte mal hoch springen sollen der volk ob das schon wieder kummer versucht mein gott dann schlimm ist er schafft dann auch mein gott ich hasse so eine dribbler mein gott nicht mal grätschig rein ja der war scheiße man will es mich verarschen und verpisst sich jetzt geht über los hier mit der scheiße da kommt ja schon wieder vergeset mein gott immer weg mit einem kack da immer mit dem kackige dribbel bolsheet nein mein gott geh doch drüber ey danke sehr gut gibt es jetzt die gelegenheit und er schießt mal hält er den sogar naja mal der hält er den auch was ist los nochmal sonst trifft es fast immer mit dem pfund bei so hey mit dieser grätschung unter sich dem ball ey was ist denn da mit dem mit dem mit dem afro hier komm hau ab und das ist nur auf die frisur bezogen ja danke sonst nix hey man ho ab jetzt mein gott ist man ja ja danke genau da wollte ich hin mein gott der hält der den wieder das gibt's nicht danke mein gott ey reingestochert hier das ist ja der shit der treffer nochmal in der wiederholung ja da konnte er fast nicht anders als hier zu treffen die hereingabe perfekt ja wenigstens das mein gott geht doch schon klingelt mensch doch sind dann verletzt sehr gut durchgang 2 läuft der war scheiße der passt wohin was war denn hör mal was war das für man hat genauso meine pass wieder hör auf mit dem mein gott gehen wir noch nicht auf eier weg mit dir hey willst du mich verarschen pfeif ja genau pfeif nicht ey mein gott hoffentlich hast du ja ein bein gebrochen du hammer ne ja ist ja wieder der schiff man damit soll der hin genau da wollte ich hin chichi rito was war das sie dafür eine behinderte scheißflanke ernsthaft bohr was war das schiedscher rito immer du machst mir echt angst da hätte das 42 sein könnte steht da im weg er nicht gewechselt oder war der war doof war die ecke der war richtig er war scheiße wieder kommen gehen doch entgegen bitte danke ich bin hier sehr verbunden naja du versuchst du zu dürfen immer wirst du sowieso langsamer mein freund vergeset danke man geht doch an ihm vorbei du leck mich an man baller dem doch das gesicht weg oder so mein gott würde der schied woher mann ist ernsthaft für was wird jetzt ja klar genau ich bleibe mal kurz ein bisschen stehen und er pfeift direkt wieder für den anderen so wieder der schiedsrichtung gegenseit so den nimmst du jetzt bitte an dann wäre so zu geil gewesen mein gott ja grätsch doch ruhig meine spieler oben hier meine fresse hau ab hat er nicht geschützten so hermann ja der war gut sie mal so machen einfach abspielen nein was mache ich wieder schau dass die wohlzeit da nicht stimmt stimmend stimmte zwar das ergebnis oder spielstand aber nicht die ja die ja wie kommt verpistig erst mal umdrehen erst mal ein wegdrehen schüler kommen jetzt zeichnen heute ganz noch ein bisschen gas machi charito ist hat er gewechselt dann doch jetzt mal mein gott der glauben glaube ich genau 16 meter ist eine richtig große distanz also wer weiß wie weit 16 meter ungefähr weit weg ist es schon der ist ja der shit mein gott ich würde sagen hallo komm ja man nein fällt es nicht weil eine scheiß flanke spiel doch schneller wenn ich drück du scheiße montages faul fällig dann sei bald kiste nach den woran sagen denn hat ja wohl der sommer war kommen chicharito oder müller nimm ihn doch an wenn man den maus kassierst du für so eine rote vorliegen wie die beine noch mal seht ihr eine rote dafür kassiert 38 meter sollte man probieren und würde das scheiß auf da war jetzt unmöglich eigentlich aber egal nein hör auf zu schützen mein gott sind da los mit dir 36 meter wo ich kann ich versuchen hat er die torschlange hinter dem tor getroffen torschuss sauber gewonnen schönes ding aber mit krampf eigentlich weil so gut war der nicht egal ob er gewonnen gewonnen ist gewonnen sechs punkte ein siegen noch dann hätten wir auf jeden fall den aufstieg schon geschafft und wie immer würde ich sagen wenn euch die folie gefallen hat lassen like da lassen aber da lassen kommentare ansonsten wieder einen schönen tag ein schöner wie auch immer wir sind jetzt mal bei einer runde fifa 16 schüssingen schüssingen